Hol da ne fette Kugel raus und jetzt... Okay, dafür war der schön. Das hier ist also das legendäre Lager von Robin Hood und seiner Crew. Also ich finde, so wie Robin hier aussieht, könnte er auch locker, locker in Assassin's Creed Nottingham mitspielen, ne? So, paar kleinere Schießübungen. Out of Arrows! Ich liebe ja diesen kritischen Dialekt, ne? Das Tutorial habe ich schon gespielt. War tatsächlich eine sehr, sehr schöne Einführung. Hat mich wirklich an einigen Ecken an Assassin's Creed erinnert. Und da konnte man so jeden Charakter auch irgendwie kennenlernen. Und ich bin gespannt, wie es jetzt im echten Spiel aussieht, weil ich fand es doch ein bisschen einfach. Aber ich denke mal, ich werde meine Worte bereuen. Vielleicht wird das hier ein Zusammenschnitt aus meinen besten Toten. Ja. So, da das Spiel auch relativ neu ist, denke ich mal, dürfte die Spielersuche relativ schnell vonstatten gehen. Ja. 2 Minuten. Jetzt habe ich rausgefunden, wie man sich mutet. Es scheint nicht so viele Leute zu spielen, als ob es das war. Bestätigt natürlich nicht gerade meine Theorie, dass es hier viele Spieler gibt, die das jetzt spielen werden. Aber, ähm... Der Sheriff. Gut, ich bin warm gespielt. Ja, der Robin hat jetzt kein großes Repertoire an Nachkampfangriffen. Der schlägt einfach nur mit seinem Boden auf die Leute drauf und tritt die auch. Ist jetzt nicht so die feine englische Art, sag ich mal. Can I get a fire? Anscheinend nicht. Ach, Munition. Oh, Leute, gebt euch doch mal hier Mühe. Das gibt's doch hier gar nicht. Ah! Geht weg! Leiter! 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 Eeeh! Junge. Hello? Ich höre doch, dass du da in einem Schwalm nuckelst, Junge. Ist der dumm? Ist der dumm? Der schleicht sich an dem Typen vorbei. Der wird mich schon nicht sehen. Genau, hat man ja gesehen. Toll. Jetzt ist wieder alles alarmiert hier, was alarmiert hätte werden können. Alter Junge, mach dein Mikro aus. Oh, mal ein neuer Spieler. Ihr könnt nicht alle diesen Typen da spielen. Das geht nicht. Eigentlich ist es so konzipiert, dass jeder einen anderen spielt. Aber das checkt ihr nicht, ne? Das checkt ihr einfach nicht. Nicht gut. What the fuck? Ich bin One-Hit. Okay, nice. Ahyxa. Mach sie alle. Hol deine fette Kugel raus und jetzt... Okay, dafür war der schön. Fuck, das ist doch der Sheriff. Fuck, das ist doch der Sheriff. Nice. Ich muss mich jetzt wenigstens hoch. Das kann wenigstens nicht nur Robin benutzen. Fuck. Wieso sind die beiden tot? Und... Ah. Irgendwie ihm. Wie man die Geister einfach hört, wenn sie hinter einem herlaufen. Bisschen... Bisschen buggy und ein bisschen creepy. So, Jungs. Welcome back. Nein. Das ist nicht der Bergfried, oder? Fuck. Äh, nicht der Bergfried. Der Sheriff, meine ich. Ihr macht das, ne? Boah, die Kiste ist aber auch ganz schön schwer, du. Mensch, du. Und die Abo-Glocke nicht vergessen, Leute, ne? So, jetzt gibt mir hier aber mal ein bisschen Kleitschutz. Äh, wer Kleitschutz? Freiheit, oh, süße Freiheit. Oh, Gott. Der Sheriff kommt. Gott, sind da noch mehr. Da sind da noch mehr. Alarm. Das ist ein, was sie in der Hand. Ich hörte sie. Oh, Mann. Nimm mich da rein. Hoch mit dir, hoch mit dir. Aber hey, hier sind jetzt alle drei Marken zusammen, wenigstens. Der Bruder Boris schafft das. Bruder Boris, Bruder Boris, lebst du noch? Lebst du noch? Hörst du nicht die Glocken? Hörst du nicht die Glocken? Rätzt uns schnell. Rätzt uns schnell. Nice. Sehr nice. Okay, okay. Wir sind wieder im Spiel. Nee, ihr braucht doch nicht gegen den Kämpfen. Das hat doch keinen Sinn. Oh Gott, deswegen also. Deswegen also. Okay, ich wusste nicht, dass das geht. Oh Gott, ich sollte weg. Ach, das ist der Sheriff? Nee, ist er nicht. Fällt kaum auf, wenn in der Nacht eine laut schnaufende Frau durchs Lager rennt. Das erregt bestimmt keine Aufmerksamkeit. Oh shit. Und der Sheriff ist ausgenockt. Und der Sheriff ist ausgenockt. Gott, 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 Gott Scheiße Was hier ist? Ich muss bloß noch die beiden wiederbeleben Oh Gott, hauchen wir doch nicht so in den Nacken Ach man, darf er nicht weggehen Oh Gott, 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 Gott Du musst nur ein R fourteen